Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Racing Fans, herzlich willkommen hier zu meinem zweiten Teil von meinem iRacing Tutorial, wie auch immer man es nennen will. Wir gehen mal von aus, ihr habt alles gefunden, was ihr wolltet in iRacing. Ihr seid im MX-5 Cup angemeldet, weil ihr nichts anderes fahren könnt am Anfang, bis ihr 3.0 Rookie Safety Rating habt. Ja, die Strecke sehen wir hier, das Auto sehen wir da, was machen wir als nächstes? Wir klicken auf Practice, aber wir gehen auf Test Car on Track und dann kommt dieses kleine Fenster und dann wird iRacing geladen. So, jetzt hatte ich einen kleinen Huddle hier mit meinem Aufnahmeprogramm, aber dann wird iRacing geladen. Dann sind wir auf der Strecke, haben hier einen großen Test-Button, hier läuft eine Zeit und jetzt erkläre ich euch mal hier alles. Ja, Logo, ganz klar, das ist die Strecke, das ist die Länge, das sind die Turns. Dann sind wir in einem Practice mit Unlimited Time. Dann haben wir 40 Sekunden schon hier drin verbracht. Wir sind die einzigen, die da sind. Wir sind noch keine Runde gefahren. Und das Wetter sind 26 Grad wolkig und 40 Grad Streckentemperatur. Das ist iRacing Basic, Default-Wetter, wie auch immer. Pace Car Speed ist 72 kmh, Pit Speed Limit ist 56 kmh. Also hier könnt ihr jede Menge Daten rausziehen, die diese Strecke betreffen. Dann geht es hier oben weiter. In den Optionen. Ja, hier könnt ihr dann euer Lenkrad kalibrieren. Meistens beim ersten Mal mit einem Assistenten, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, könnt ihr auch einfach hier draufklicken. Und dann seht ihr nochmal hier. Press Full Throttle and Release and then click Done. Okay. Press Full Break and then Release and then press Done. Okay. Klatsch Petal was not detected. Das ist dumm. Ähm, depress the clutch fully and release it. Machen wir auch. Zupp. Done. So. Complete the wizard. Done. Und jetzt haben wir hier oben unsere Pedale neu kalibriert. Wir haben hier auch die Gearbox, den Shifter. Ihr könnt hier unten umstellen, wenn ihr einen H-Shifter habt, auf H-Shifter. Ähm, hier oben die Wheel Range. Das ist so eine Geschichte. Also ich mache euch mal ein Beispiel. Ich habe dieses Lenkrad. einfach mal einmal um die eigene Achse gedreht. Das sind ja 360 Grad. So. Und dann bis zum Anschlag. Wenn ich mein Lenkrad bis zum Anschlag drehe, so, dann jetzt muss ich das mal neu kalibrieren, dann sieht das so aus. Ja, das heißt, ich habe die ganze Zeit hier irgendwie noch das falsche Lenkrad eingestellt. Weil, also bumm, bumm. Ja, aber da geht's los. Wenn ich das Lenkrad nämlich senkrecht stehen habe, jetzt steht mein Lenkrad senkrecht und das hier hat eine Abweichung. Und um das zu korrigieren, bin ich damals, glaube ich, hier drauf gegangen. Dann habe ich gesagt, ich will die Wheel Range von 876 Grad und die Map Range von 876 Grad. Und das ist dann das, was ich, ähm, äh, kalibriert habe. So, auch da stehen wir mittig. Passt. Es interessiert mich eigentlich nicht, was, ob ich ein 900 Grad Lenkrad habe oder nicht und was auch immer. Da gibt es ja viele Leute, die sagen dann, die, die spielen da verrückt. Ich will einfach nur, dass es passt, was die Lenkung angeht. Viele sagen da auch, uh, 876 Grad, da muss ich ja lenken. Wie so ein verrückter. Nein, musst du nicht, weil iRacing erkennt das und sagt, dieses Auto hat ja nur einen Lenkwinkel von 270 Grad oder wie auch immer und passt das an. So, was können wir sonst noch machen? Der Force-Faktor, ein ganz wichtiger Punkt. Ich persönlich kalibriere das meistens so, ich trete gefühlt bis 50% Bremse und dann stelle ich hier ein. Bei 0 wäre ich jetzt bei 75%. Ist uncool. Bei 5 wäre ich bei noch nicht mal 25%. Das heißt, ich trete das Pedal, bis ich gefühlt bei 50% bin. Und dann stelle ich den Force-Faktor so ein, dass auch dieses Pedal bei 50% ist. Ja, so muss ich nicht lernen, wie weit ich treten muss, bis ich bei 50% Bremskraft bin, sondern ich stelle mir es einfach ein. Force-Faktor. Schöne Sache. Dann will ich natürlich mit Force-Feedback und dem linearen Modus. Linear bedeutet, ja, was bedeutet linear bei Force-Feedback? Wenn da 3 Force-Feedback-Stärke reinkommt, wird 3 Force-Feedback-Stärke ausgegeben. Das ist linear. Mache ich das aus, kann es passieren, dass 3 Force-Feedback-Stärke, die reinkommt, nur als 1,5 Force-Feedback-Stärke ausgegeben wird, weil das Denkrad der Meinung ist, das passt besser in das komplette Spektrum. Ich will linear. Damping-Oscillations ist, wenn das Force-Feedback ausschlägt. Nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Das kann man ein bisschen dämpfen, dass das Ganze ein bisschen ruhiger abläuft. Ich habe das aus, weil, ne, brauche ich nicht. So, dann kommen wir zur Einstellung hier im Auto. Das ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Deshalb habe ich auch hier unten das Häkchen an. Use Custom Controls for this car. Das heißt, wenn ich das hier einstelle, gilt das nur für den MX-5. So, dann habe ich hier Stamping aus, weil ich will nicht, dass mein Force-Feedback irgendwie die Schwitzen abgeschnitten werden. Da soll alles reinkommen, was geht. Und die Minimal Force, das bedeutet nichts anderes wie, wenn ich über einen kleinen Hubbel fahre, der eigentlich nur 5% Force-Feedback hätte und mein Lenkrad kann das nicht ausgeben, wird diese Stärke von dem Hubbel auf 8% erhöht, damit ich dann den Lenkrad spüre. Ja, so, dann haben wir hier den Sequel oder den H-Shifter. Also, wenn ich das hier mache, dann muss ich den kalibrieren, aber ich habe ja gar keinen. Deshalb machen wir weiter Sequel. Das hier ist Touch- und Mouse-Driving Sensitivity. Da könnt ihr mit der Maus einstellen, wie sensitiv das Lenkrad auf die Maus reagieren soll. Ist für Leute, die eben keinen Lenkrad benutzen können, weil sie vielleicht gar keine Hände haben. Es gibt da einen, der streamt iRacing auf Twitch. Der hat keine Arme. Ja, das ist unglaublich. Ähm, das zu sehen. Aber wichtig ist, Enable Mouse While Driving. Das muss an, dieses Häkchen, denn sonst könnt ihr keine Maus benutzen, um eure Boxen-Stops einzustellen. Sondern da müsst ihr wirklich alles irgendwie über Tasten machen. Tilt-Driving, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, was das bedeutet. Sensitivity 90 Grad. Reverse Gas und Brake Direction. Also das weiß ich irgendwie noch nicht so ganz, was das ist. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit verrückten Einstellungen zu tun. Also Reverse Gas und Brake ist, wenn, wenn jetzt zum Beispiel hier voller Ausschlag wäre, wenn ich dreht, geht's zurück. Dann kann ich das hier reversen. Damit ich dann wieder so aussehe. Gibt's bei manchen Lenkrädern, dass man das machen muss. Animate Transition bedeutet hier für dieses Links und Rechts gucken, glaube ich. Bin mir aber nicht 100% sicher. Ich habe das irgendwann mal angemacht, weil ich gedacht habe, dass man sieht, wie das Auto sich bewegt. Keine Ahnung. So, hier. Fahrhilfe. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Non macht, müsst ihr die Kupplung treten, müsst ihr den Gang einlegen, müsst die Kupplung loslassen. Ich kann's nicht. Gebe ich offen zu. Ich benutze deshalb nicht nur die Autoklatsch, sondern sogar den Autoplip. Ich schalte selbst, aber der Plip und die Klatsch, das soll bitte der Computer übernehmen. Hat einen ganz einfachen Aspekt im MX-5. Ich verliere dadurch ein bisschen Zeit. Ich meine, es wäre irgendwas um die halbe Sekunde, so 0,5 Zehntel, die man da verliert. Ist mir ehrlich gesagt wurscht, weil ich mir sage, ich müsste anders Heel & Toe und alles Mögliche können und ich komme dann mit dem Pedalwirrw so durcheinander. Ich muss das irgendwann mal lernen, aber definitiv nicht im Moment. Wenn ich Rennen fahre, habe ich Autoplip an. So, Autovisor, Tier-Off, kann man anmachen, muss man nicht anmachen. Autopit-Speed-Limiter ist sogar hier deaktiviert. Driving-Line habt ihr nur in den unteren Klassen. Ich glaube, ab C gibt es das nicht mehr. Brake-Assistance und Throttle-Assistance ebenfalls. Ich würde davon gar nichts anmachen, weil das sind alles Hilfen, die euch ab C nichts mehr bringen. Hier unten kann man einstellen, was man gerne hätte, nämlich die Blackboxen, die Radio-Infos, Driving-Controls oder Framemeter. Das kann man alles ausschalten, dann ist das ganze Zeug weg. Das heißt, das Zeug und das Lenkrad, wenn ich den im Auto sitze und so weiter, das ist dann weg. So, wenn ich das alles eingestellt habe, zum Beispiel auch Look Left and Right, wenn ich das alles eingestellt habe, kann ich rein theoretisch schon losfahren. Man kann aber auch hier hingehen und kann sagen, Units sollen bitte Metrics sein unter den Options. Man kann hier noch so ein paar Aussagen im Chat einprogrammieren. Zum Beispiel habe ich Sorry und Thanks habe ich auf Tasten am Lenkrad gelegt, damit ich die raushauen kann, während ich fahre. Show Chat Message während Driving, also While Driving. Ich könnte das auch deaktivieren, da ich keine Chatnachrichten sehe, während ich fahre, wenn ich davon abgelenkt wäre. Man kann hier eigenes Video Capture anmachen, das habe ich aus, weil es mich Frames kostet und brauche ich nicht. Ich habe eine andere Video Capture Software. Display Delta Bar, das ist so eine Geschichte. Also ihr könnt euch hier ein Referenz Car und eine Delta Bar einblenden lassen. Ich habe das Ganze auch auf Knöpfe am Lenkrad gelegt, damit ich es mir zu- und abschalten kann, wie immer ich will. Anders müsste ich das irgendwie über die Tab-Taste und beim Fahren dann davorgreifen auf die Tab-Taste und dann ist die Wand schneller da, wie ich gedacht habe und dann macht es BOOM. Ja, ihr könnt hier noch einen G27 Shift Indicator zum Beispiel aktivieren und wenn ihr irgend so was am Lenkrad habt, was irgendwie was ausspuckt, könnt ihr das hierüber aktivieren. Ich habe es alles deaktiviert, weil ich habe es nicht. So, Graphics. Das ist mit das Wichtigste. Hier könnt ihr nämlich allen möglichen Kram einstellen. So habe ich zum Beispiel auch eingestellt, dass ich keine Frame Limits haben will. Ihr könnt die auch auf 84 oder 60 Frames begrenzen oder Vertical Sync einstellen. Habe ich ehrlich gesagt nicht so ein wirkliches Interesse dran. Ich bin hier, obwohl ich könnte, überall ein bisschen höher gegangen, ein bisschen runter gegangen, weil ich gehört habe, dass meine Lags, die ich hätte im Spiel, dadurch zustande kämen, dass hier zu viel RAM eingestellt wäre. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mach ich. Ich mach's einfach mal, weil ich finde das schlimm. Ich fahre eine Kurve und das Bild ruckelt und ich verliere da 3, 4 Zehntel an Bildmaterial. Aber das Auto fährt weiter. Es nervt. So, hier kann man Fullscreen einstellen oder eben windowed. Mirror, also der Virtual Mirror könnt ihr hier aktivieren und deaktivieren. Habe ich sogar auf 140 Grad eingestellt, dass ich wie gesagt im Rückspiegel sehe, wenn Autos ein bisschen neben mir sind. Hier kann man einstellen High Steering Wheel. Das ist für Leute, die einen Trick haben, die dann ein eigenes Lenkrad haben und irritiert sind, dass da noch ein Lenkrad ist. Wir sehen dann praktisch nur die Anzeigen und so eine Art Stange aus dem Auto kommen, wo dann das eigene Lenkrad davor packt. Wo man das Lenkrad davor packt und dann, ja, meint man, man sitzt in dem Auto. Ich habe Steering Wheel an, einfach um es zu sehen und wenn ihr VR benutzt, macht an, Show Driver Arms, damit ihr nicht völlig ohne Arme da am Lenkrad dreht, weil das macht euch kirre. Mittlerweile können die, glaube ich, sogar mehr wie 90 Grad lenken, die Driver Arms. Am interessantesten ist das hier oben. Ja, da könnt ihr einen Millimeter oder einen Inch angeben und zwar die Monitorweite. Die Monitorweite außer, also ohne den Rahmen, die View Distance, wie weit ihr weg sitzt und den Angle, also den Winkel zwischen dem Center und den Side Screens, also wie der Winkel ist und dann berechnet er euch euer Field of View. Bei mir kommen da irgendwas, wenn ich es normal berechne, von 25 oder 30 raus, aber niedriger wie 45 geht nicht. Deshalb ist mein Field of View, wie es ist. So, Replays könnt ihr auch Sachen einstellen. Ich sage es ganz ehrlich, hier könnt ihr eigentlich auch vieles abschalten. Ich habe hier viel zu viele Details an. Vermutlich wäre es besser, ich würde hier noch ein paar Sachen abschalten, einfach um eine bessere Framerate hinzukriegen und so weiter im eigentlichen Spiel, damit das Ding eben auch nicht so brutal aufnimmt. Aber mein Computer und meine Grafikkarte, die können uns, glaube ich. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, das ist auch interessant. Ich könnte jetzt gerade eins runterschalten, aber hoch komme ich nicht mehr. Das ist geil. Okay, ignorieren wir einfach. So, dann könnt ihr hier den Voice Chat aktivieren und deaktivieren mit lauter, leiser, push to talk und alles. Ich habe Voice Chat aus, mich nervt das. Die Spanier labern dir das Ohr ab und ich verstehe kein Wort und es versaut mir dann noch die Aufnahme, deshalb habe ich es aus. Ich will den Voice Chat gar nicht hören. Ist ein Problem, weil viele denken, du hast Voice Chat an und labern dir eine Kassette und du hörst es nicht, weil du hast es ja aus. Dann kann man hier noch die Soundlevels einstellen. Bei iRacing empfehle ich minus 10 dB für ein Engine, weil sonst ist das Ding meistens sehr, sehr laut. Also ich habe da einige Autos, da hörst du nichts mehr, wenn der Motor dröhnt, Porsche zum Beispiel. Die Reifen, die Crashs, den Wind und so weiter, das will ich alles hören, aber auch nicht zu laut. Passt schon. Hier unten könnt ihr noch auswählen, welches Spotterpack ihr verwenden wollt. Ich habe das Ganze bei Default und ich habe das Ganze auf einer High Chattiness. Ich habe irgendwo ausgemacht, dass er mir die Laptimes ansagt, weil es mich genervt hat. Den kann man dann auch über Tasten lauter und leiser machen, wie auch immer. Interessant ist der Punkt Controls. Hier könnt ihr wirklich alles belegen und das Wichtigste ist, und das ist jetzt mal so vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die neu sind oder es vielleicht noch nicht selbst rausgefunden haben. Wenn ihr Use Custom Controls macht for this car, alles, was hier schwarz ist, hat dieses Auto. Alles, was hier grau ist, hat dieses Auto nicht. Das heißt, alles, was hier grau ist, könnt ihr ignorieren in diesem Fahrzeug. Das heißt, ich könnte die Headlight Flashes, die Taste könnte ich anderwertig belegen, die Pit Speed Limiter könnte ich anderwertig belegen, weil gibt es einfach nicht. Ich habe hier auch, dass ich die Blackboxen über Tasten schalten kann und ich habe hier glaube ich auch irgendwo noch über das Lenkrad, dass ich da Werte verstellen kann. Was die Blackboxen sind, das zeige ich euch jetzt gleich. Erst gucken wir noch hier rein, da sehen wir nämlich Setup, das ist ein Fixed Setup, deshalb haben wir hier nur das Baseline. Das lade ich auch nochmal, dass wir ganz sicher gehen, dass wir das haben. Ich könnte dazu jetzt ein bisschen was erklären, bringt aber nichts, ihr könnt da drin eh nichts ändern. Das ist das Fixed Setup von iRacing für die Fixed Serie im MX5. Ja und dann gehen wir ins Auto und dann stehen wir da in der Boxengasse und haben hier unten die Blackboxes, die wir auch mit der Maus durchschalten können oder ja, ich eben auch am Lenkrad und es ist bei mir wirklich sogar so, ich kann hier mit Tastendruck Dinge aktivieren oder eben nicht oder ich kann Luftdruck ändern. Ja, seht ihr, jedes Mal werde ich hochgebockt. Wenn ich das aktiviere und kriege da einen frischen Reifen drauf. Also es ist schon ganz witzig, ich könnte hier zum Beispiel auch Fuel rein machen. Ich kann das auch wieder abwählen und abschalten, sobald er da 300 ml eingefüllt hat. Das alles kann ich alles über das Lenkrad machen und das hat einfach den Grund, dass ich da nicht lange suchen muss und ich auch Fahrten oder während der Fahrt Einstellungen machen kann. Hier habt ihr alles mögliche über eure Laptime und so weiter. Das ist fürs Training eigentlich recht interessant. Standings ist interessant, wenn ihr wissen wollt, wie sieht das Ranking derzeit aus. Aber wenn ihr Rennen fahrt, würde ich euch immer das Relativ empfehlen. Ihr seht hier, wer ist vor euch. Ihr seht hier, wer ist hinter euch. Ja, es ist ganz wichtig, das zu wissen, denn wenn vor euch ein Überrundeter ist, dann könnt ihr da anders angreifen oder anders ran fahren, als wenn das einer ist, gegen den ihr kämpft. dann, wenn wir fahren, haben wir hier oben eine Anzeige, die heißt, Frames, Latenz, Quality, S weiß ich nicht, P ist glaube ich, hat glaube ich irgendwas mit Pink zu tun und F ist das Wichtigste, das ist nämlich Force Feedback und wenn Force Feedback so grün ist, wie es jetzt ist, dann ist das Force Feedback okay. Ja, wenn das Force Feedback gelb wird, das darf es mal werden, also es darf mal gelb werden, dann habt ihr meistens einen Curb getroffen oder seid in einer starken Kurve über irgendeinen Huppel gefahren und da kriegt ihr noch ein bisschen mehr Infos. also gelb ist aber schon die Warnung, pass auf, weil gelb ist, naja, gelb ist halt gelb und wenn ihr dann wirklich mal hier so einen roten Ausschlag habt, ist das nicht schlimm, aber wenn ihr bei jeder Kurvenfahrt immer alles rot seht, dann habt ihr ein Problem, dann habt ihr das sogenannte Clipping und Clipping bedeutet nichts anderes wie euer Lenkrad ist auf Maximum an Kräften und wenn diese Kräfte auf Maximum sind, dann spürt ihr nichts mehr außer die Kräfte und ihr müsst praktisch das so einstellen, dass ihr nicht clippt, damit ihr überhaupt ein Gefühl in euer Force Feedback reinbekommt und ganz, ganz wichtig, das ist ein Fehler, den machen viele Force Feedback ist euch das Feedback wichtiger wie die Force. Ja, es geht nicht darum, möglichst realistisch beim Einfahren in die Kurve solche Kräfte zu haben, dass ihr das Lenkrad kaum rumkriegt und kämpfen müsst, dass ihr hier irgendwie um die Kurve kommt, das macht keinen Sinn. Ja, ihr wollt ja das Auto beherrschen und nicht vom Auto beherrscht werden und es gibt sehr viele Profi-Simracer, die haben ein Force Feedback, das ist so niedrig, also die wollen das Feedback, damit sind Bumps und Curbs aber die haben das Force Feedback so niedrig, dass sie mit zwei Fingern das Lenkrad bewegen können. Ja, und warum? Ja, weil sie sich fragen, warum soll ich es mir schwerer machen, als es eh schon ist, indem ich das Lenkrad rumwuchten muss, als wäre ich Arnold Schwarzenegger und hätte hier irgendwie einen LKW-Reifen zu bedienen. Ähm, ja, und wenn ihr dann rausgeht, dann könnt ihr hier eure Lab-Infos sehen und was sich immer wieder gefragt wird, was ich auch nochmal zeigen kann, ist, ähm, wie mache ich denn, na, wie mache ich denn Replays? Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier von meinem Unfall ein Replay haben will, dann kann ich jetzt hier hingehen, mache ich hier Pause, dann klappe ich hier über dieses Werkzeug das hier auf, ja, jetzt ist die ganze Leiste ist markiert, klicke ich hier jetzt auf Schnitt, wird die ganze Leiste demarkiert. Jetzt kann ich hier fahren, die Zeitanzeige läuft weiter, ich habe jetzt hier meinen Unfall, ja, ich verlasse die Strecke, ich bin hier im Dreck, komme zurück, springe, mache Tor und halte dann hier an. Also nehmen wir mal an, das wäre jetzt zum Beispiel ein Unfall mit einem anderen Spieler gewesen und ich wollte den reporten zum Beispiel oder ich wollte das irgendwem zeigen, wie dämlich dieser Idiot war, dass der so gefahren ist. So, jetzt sehen wir hier einen ganz kleinen grau markierten Bereich und wenn ich jetzt auf Save drücke, also auf die Diskette, dann geht das Fenster auf, was ich jetzt nicht aufmache, weil da sind unzählige Replays drin und muss nicht sein. Also, wenn ich da jetzt drauf klicke, kann ich genau diesen grauen Bereich speichern und nur diesen grauen Bereich. Wollt ihr alles, geht ihr hier hin, macht Cut, geht zum Ende und speichert, dann habt ihr alles, was passiert ist. Ihr könnt auch hier einzelne Labs auswählen, zum Beispiel die Lab 0, wo ich dann in die Lab 1 reingehe und dann hier erstmal anhalt. Dann könnt ihr das Ganze auch mit mehrfacher Speed ansehen oder mit Zeitlupen Speed. Ja, wenn ihr was ganz genau gucken wollt, wie ist der Reifen zum Beispiel gedotzt oder nicht gedotzt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, wie soll ich denn von hier den Reifen sehen? Es gibt einen Trick mit STRG F12, ruft ihr die Kamera auf. Ja, und wenn ihr jetzt hier mit der Kamera in die Chase geht, hier unten, dann könnt ihr hier mit den WASD-Tasten die Kamera bewegen. Und ihr dürft dann halt die Kamera nur nicht speichern oder müsst, ja, wieder Load Track Default machen, damit die Kamera wieder dorthin geht, wo sie denn sein soll. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Trick, den sage ich euch auch noch. Wenn ihr euer Field of Viewen alles eingestellt habt und sitzt im Auto. Ja, wenn ihr die Leertaste drückt, seht ihr übrigens dieses Bild ohne die Rahmen. Und jetzt habt ihr zum Beispiel VR. Und jetzt ist VR irgendwie so, dass ihr viel zu niedrig sitzt und ihr seht nichts. Oder jetzt haben wir hier die Situation, dass da auch der eine oder andere sagt, ja, super, ich sehe hier Lenkrad und Kram. Ja, also ich sehe das hier alles. Das ist toll, aber ich würde viel lieber, würde ich gerne sehen, wo mein Auto da vorne endet. Kein Problem. Ihr geht einfach hin, setzt euch hier höher mit 1, 2 Klicks und ja, speichert das als Carcam ab. Und immer wenn ihr den MX-5 dann ladet, habt ihr automatisch diese Kamera. wenn ihr das Ganze wieder resetten wollt. Na, super. Habe ich es jetzt verstellt. Das ist ja geil. Ah, ich habe es verstellt. Wie kriege ich das jetzt wieder zurück? Ich glaube, das war das, was ich hatte. So, Save Carcam bedeutet nichts anderes wie, ähm, jetzt komme ich immer wieder dahin zurück. Das heißt also, wenn einer das dann praktisch so einstellt, weil er VR hat, und dann kann ich hingehen und kann sagen, okay, ich will, das funktioniert ja gut, das Laden vom, vom Auto. Das ist so, das ist so, genial. Ja, Okay, wir haben lernen, dass das irgendwie gerade zur Zeit nicht funktioniert. Kann das sein? Kommt das hin? Na, ich bin ein bisschen flach hier. So könnte es richtig sein, ha? Save Carcam. Ja, so passt's. Also, ihr könnt euch praktisch hier die Kameras einstellen, auch im Auto, damit ihr dann, ähm, immer die gescheite Position habt, wenn ihr dann zum Beispiel mit VR fahrt oder so, dass das auch hinhaut, ja? Nicht, dass ihr mit eurer VR-Kamera nur das Display seht, hier unten, ähm, ihr wisst, dass ihr im dritten Gang seid und alles andere verschwindet hinter eurem Auto, ja? Und ihr seht oben vielleicht noch, ja, hier oben noch so ein bisschen, bisschen Strecker. Das ist ja blöd. Das kann man dann also hier über die Kamera anpassen und das geht mit SDRG f12. Da kann man es auch wieder mit abschalten. Genauso auch hier die ganzen Split Times. Ihr könnt hier Dinge replacen, indem ihr hier das markiert, könnt ihr das clearen oder replacen oder das Optimum. Wenn ihr sagt, ähm, ja, das ist, das Optimum lenkt mich ab, ich gehe immer nach dem Optimum, könnt ihr das clearen oder replacen. Oder ihr könnt hier sagen, ähm, den Sektor in dieser Session will ich nicht mehr und dann könnt ihr den clearen und dann ist er weg. Und so könnt ihr praktisch eure, eure Zeiten auch resetten, um das besser hinzukriegen. Und das alles mit der Delta Bar und so weiter besser hinzubekommen. So, auch noch was, was ich gerne gefragt werde und zwar, äh, sag mal, du, wenn du fährst, hier diese Anzeige, wie hast du denn die in die Mitte bekommen? Oder das hier oben, wie hast du denn das da hinbekommen, wo es jetzt ist? Und das ist eigentlich ganz einfach. Ihr drückt Alt und K, dann kommt so ein blauer Rahmen um diese Sachen herum und dann könnt ihr, wenn ihr das wollt, eigentlich alles, was ihr hier habt, könnt ihr da hin und her schieben auf dem Bildschirm und könnt das da hinpacken, wo ihr das gerne haben wollt. Und, ähm, ja, dann könnt ihr euer Layout anpassen, zum Beispiel zum Streamen oder zum Aufnehmen für YouTube oder, ja, einfach nur, damit ihr es besser bedienen könnt. Gut, das soll es mal wieder gewesen sein. Ist schon wieder ein langes Video, aber das sind so alle Basics, die man da so mal erklären möchte oder die ich mal erklären wollte. Ich aktiviere noch mal was und dann verlassen wir das Ganze mal. Ich habe das Ganze auch so eingestellt, dass ich, wenn ich verlasse, automatisch hier gefragt wird, ob ich ein Replay speichern will, damit ich das zum Beispiel in einem Rennen nicht vergesse. Ja, nehmen wir mal an, ich habe ein Rennen, da waren ein paar Unfälle drin und dann werde ich automatisch erinnert, speichere mal das Replay. Weil es kann ja passieren, dass irgendeiner sagt, hier, den, den protest ich mal und, ähm, du willst es dann mit einem eigenen Replay vielleicht sogar belegen, dass du da zwar einen Fehler gemacht hast, aber dass das nicht intentional war, also keine Absicht, sondern normaler Rennunfall und dass es dir halt leid tut und so weiter und du kannst es halt am besten belegen, wenn du dann ebenfalls ein Replay hast, wo du das nochmal ganz genau zeigen kannst, was da schief gelaufen ist. Ähm, ja, oder dass mir jemand reporten will, im Nachhinein. Ansonsten bin ich gerade am überlegen, ich wollte euch noch was zeigen, ach genau, unter, ähm, mhm, 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 der ist sehr, sehr wichtig, weil das ist die Grundlage, ja, von dem ganzen Fahnen hier und darauf kann man sich auch durchaus beziehen und kann sagen, ein Moment, ich wurde hier über Voice und Text Chat, wurde ich beleidigt und, ähm, ich möchte deshalb einen Protesten nach Absatz 231 des Sporting Codes, ja, also, da haben eure Proteste halt eine viel bessere Chance, wenn im Sporting Code das Ganze aufgeführt ist und jemand verstößt dagegen. ähm, unter Dokumente und Tools könnt ihr so Dinge finden, wie zum Beispiel hier Atlas Express, das ist ein Telemetrie-Tool, was es kostenlos gibt, das ist von McLaren und, ähm, da gibt es dann auch Guides zu und Car Setup Guides und, und alles Mögliche, wobei, naja, da kann man nicht ganz so drauf gehen, was die da schreiben, aber es ist schon mal interessant, das zu lesen. Da gibt es auch nochmal ein Spotting Code, Unofficial Site Policy, iRacing Custom Paint Policy und so weiter, ja, ähm, User Guide, Beginner Guide, Getting to Track, da ist alles beschrieben. Ich glaube, irgendwo haben sie auch eine Beschreibung, wie man die Pro License kriegt. Oder hatten sie zumindest mal. So, dann haben sie noch eine Driving School, ähm, sind auch Videos, dort wird dann erklärt, wie man fährt, allerdings muss ich euch ganz ehrlich sagen, ähm, jein. Jein. Es ist eine gute Basis, aber es hat, ja, es macht euch vielleicht auch schneller, aber auf Dauer reichen diese Videos nicht. So, hier kann man File Protest ein, äh, reichen. Das Ganze sieht dann so aus, geht mit so ein kleines Pop-Up auf. Da muss man dann hier, ähm, auswählen, was genau ist denn passiert, gegen was verstoßen wir denn, ja, zum Beispiel Blocking oder Tire Heating oder was weiß ich. Ich weiß überhaupt nicht, was es da alles für, für Dinger gibt. Ich müsste es auch mal wieder lesen. Und dann kann man da ein Replay anhängen und dann kann man das Ganze protestieren und kann da auch noch zwei, drei Sätze zu schreiben. Dann kann man euch an Support wenden oder Kontakt ausmachen. Ähm, ja. Hier geht es zum Forum, dort gibt es dann auch private Nachrichten, die man verschicken kann im Forum. Äh, hier haben wir die World Records, die Driver Stats, also könnt ihr jede Menge Statistiken über euch selbst, äh, abrufen. Interessant ist auch noch hier, die Settings, ähm, da kann man zum Beispiel Steam Overlay ausschalten oder den Cruise Spotter kann man deaktivieren, dass nicht irgendwelche Freunde als Cruise Spotter rein springen in euer Rennen und, äh, den eigentlichen Spotter dadurch abschalten und dann sagen die nichts und dann wisst ihr nicht, wer neben euch ist und dann macht's Bumm. Ja. Ihr könnt auch hier, ähm, Multiclass, Cars, Selection, Resetten oder die Grafikkonfiguration, äh, nochmal laden, damit ihr die nochmal neu einstellt und kalibriert, wenn ihr die Grafikkarte getauscht habt oder so. Ähm, ansonsten bin ich nochmal am gucken, es gibt auch private Liegen, in Hosted Rennen, hier ist aber alles uninteressant, genau, das hier ist noch interessant, die Road Series und so weiter. Also ihr könnt hier zum Beispiel auch reingucken, und dann könnt ihr sagen, okay, gucken wir uns mal an, es gibt aber, ist aktuell kein Rennen, aber was sind denn da so an Leuten drin? Ja, Open Practice, 14, 5, 6, Timetrails fahren da noch welche und hier kann man dann noch Leuten zugucken, wenn man den gleichen Content hat. Ja, also ihr seht zum Beispiel hier, ich habe hier den Content nicht, ich müsste den Holden und den Falcon kaufen, oder zumindest einen davon, damit ich diesem Open Practice als Zuschauer beiwohnen könnte. Aber ihr seht, hier sind gerade mal vier Leute am Fahren, nicht wirklich viel. So, und es gibt dann auch hier, zum Beispiel Global MX5 Cup, seht ihr, das sind vier Splits, die es da gibt, zwei mal zehn, zwei mal neun Leute. Ihr könnt gucken, wer da drin ist, ob ihr da einen kennt. Und wenn ihr da einen kennt, könnt ihr da hinten auf das klicken, könnt sagen, watch it. Und da ist zum Beispiel einer, der Miatar, der hat den Spotter zum Beispiel nicht deaktiviert. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann kann ich für den Spotter spielen. Und wenn ich da kein Wort sage, dann hat er keinen Spotter mehr. Und dann fährt er blind über die Strecke. Und wenn er ein Auto neben dem ist, wird er nicht mehr gewarnt. Ja, wenn ich nichts sage, wird er nicht mehr gewarnt. Und er crasht und dann sagt er, ey, dein Spotter hat doch was gesagt. Und er sagt, der Miatar hat nichts gesagt. Und weiß gar nicht warum. Ja, und das ist halt schwierig. Also rate ich eigentlich jedem, das zu deaktivieren. So, jetzt war ich da drüber mit der Maus. Jetzt streikt hier alles. Ich glaube, jetzt streikt gerade alles immer im Internet. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, wenn ihr dann auf Watch Now klickt, dann lädt halt ganz normales Spiel. Dann könnt ihr diesem Rennen zugucken, wenn da einer von euren Freunden oder so drinnen. Ich glaube, mein Browser ist gerade abgestürzt. Ja, und da war es weg, mein Internet und hat mich komplett rausgeschmissen aus allem. Egal. So, wir machen hier nochmal schnell weiter, weil das will ich euch jetzt noch sagen. Also, hier könnt ihr dann zum Beispiel auch sehen, dass hier zum Beispiel drei einzelne Leute jeweils auf einem eigenen Practice Server ihren Lotus 49 testen. Das ist ein schönes Anzeichen dafür, dass ihr den vielleicht besser nicht kauft, weil da die Partizipation vielleicht nicht ganz so hoch ist. Ja, das kann man auch hier dran sehen. Wie viel Server gibt es? Wie viel Rennen gibt es? Da kann man sich dann auch nochmal so ein bisschen informieren. Es gibt zum Beispiel hier einen IMSA Race zur Zeit mit gerade mal sechs Teilnehmern. Und ja, ich weiß nicht, ob das Ding offiziell ist. Ich würde mal sagen, das wird vermutlich nicht gewertet, weil da fahren ja nur zwei DPs mit. Zwei Porsche und zwei GT3. Ich glaube, das ist nicht so wirklich das, was die sich unter einem IMSA-Rennen vorstellen. Und ja, es sind halt alles so Geschichten. Also da könnt ihr dann auch die Partizipation nochmal im Detail sehen, indem ihr dann hier reinguckt, wer fährt denn gerade was und wie. Und ihr könnt halt auch den Rennen zugucken, wenn da ein Freund fährt über diesen Bildschirm. Vorausgesetzt, ihr habt den gleichen Content wie der Freund. So, ich bin hier raus. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch wirklich hier alles erklären, was man erklären kann. Ich bin gerade noch am überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe zu erklären. Also eigentlich, ich habe mit meinen ganzen Videos, die ich gemacht habe, glaube ich, jetzt mittlerweile sogar manche Dinge doppelt und dreifach erklärt. Aber es ist wurscht, weil es sind immer noch so viele Leute da, die es halt nicht wissen, dass es einfach nochmal gesagt werden muss. Ich bin raus. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos und falls ihr iRacing spielt, viel Spaß in iRacing. Und ja, vielleicht sieht man sich da bald nochmal für andere Videos. Ich bin raus. Macht's gut. Bye bye.